In der Sowjetunion hat sich offenbar ein ernster Atomunfall. Nach Angaben der sowjetischen Nachrichtenagentur Tass traten an einem Kernkraftwerk in der Nähe von Kiew Schäden am Reaktor auf. Durch die radioaktive Strahlung sollen auch Menschen zu Schaden bekommen sein. Weiter heißt es in der Meldung, den Betroffenen werde Hilfe geleistet. Es wird aber nicht gesagt, wann sich das Unglück geeignet hat oder wodurch es verursacht wird. In den letzten beiden Tagen waren mehr in Orten Schwedens und Finnlands erhöhte Radioaktivität gemessen worden. An einigen Stellen wurde die übliche Strahlungsmenge um das Fünf- bis Sechsfache übertroffen. Aber die Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020